Wenn Systeme Möglichkeiten haben, über die verschiedenen Schnittstellen in unser Leben einzudringen, in die digitale Welt, wie zum Beispiel über das GSM-Lens, über Bluetooth, Wifi, GPS, GSM oder Neufield-Communication. Und deswegen benötigen wir ein System, das stark genug ist, um uns zu schützen. Ich will nicht, dass jemand meine persönlichen Bilder sehen kann. Wie kann ich mich selbst beschützen? Für das haben wir eine Secure-Phone entwickelt, die dir die Sicherheit gibt. Wir haben eine GSM-Firewall, also wenn jemand einen attacken Sie, Sie werden eine Anleitung. Es ist wie ein Closed-Görner und niemand kann das alles installieren.